Der sechst kleinste Staat der Welt Die Hauptstadt Waduz ist das kulturelle Zentrum des Landes und das hier befindliche Landesmuseum, das die wechselvolle Geschichte Lichtensteins präsentiert, dokumentiert und bewahrt, ist der Ort unseres heutigen Konzerts. Das Innovation Duo präsentiert uns das Programm im Fokus. Verehrte Gäste, es ist mir eine große Freude und Ehre, heute etwas Neues für uns zu machen. Und zwar, Corona-bedingt haben wir Museen ja auch leidend, darunter wie die Musiker generell, dass wir ja kaum mehr vor Publikum spielen können oder nur vor Reduzierten. Aber es ist natürlich auch eine Chance, Neues auszuprobieren. Und so sind wir sehr glücklich, dass wir hier bei diesem großartigen Projekt teilnehmen dürfen. 250 Jahre Beethoven von Classic at Home. Über Classic at Home können Sie das auch dann anfragen und per Internet anschauen. Und es ist sehr schön, dass wir als zweites Museum dabei sein dürfen. Es werden jetzt im ganzen August jeden Mittag und Abend ein Konzert gebracht. Und es sind über 30 Orte, wo eben gespielt wird. Und es sind zwei Museen dabei. Das eine ist die Ermitage von St. Petersburg. Und das andere Museum, das sind wir, das Lichtensteinische Nationalmuseum. Und wir freuen uns besonders, dass wir diese Ehre haben. Und gleichzeitig freut es uns natürlich, mit den Kollegen gemeinsam zu sein, weil wir auch sehr starke Verbindungen zur Ermitage von St. Petersburg haben. Und dort auch einen regen Austausch ansonsten. Und so freuen wir uns hier sozusagen für Mitteleuropa stellvertretend auch als Museum sein zu dürfen. Es ist mir eine sehr große Freude, hier die beiden dann vorstellen zu dürfen. Es ist die Gruppe Innovation Duo, Anna Sawitzka und Jakob Czalak, die nun einige Stücke vorspielen werden und sie auch dann eben einführen werden, um was für Stücke es geht. Und vielen Dank für Ihr Zuhören. Und ich hoffe, es gefällt Ihnen. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses hier machen dürfen. Herzlich willkommen. Wir fangen das Konzert an mit Duo von Franz Kromer, Allegro, Adagio und Rondo. Und ich freue mich sehr, dass wir das Konzert anbieten können. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 und uns also dem innerischen Tour gewidmet. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020